halli hallo ja lass uns direkt einsteigen du hast es im intro schon gehört es geht heute um große und kleine pausen und wir befinden uns in der zweiten episode der entdeckungsreise und deswegen steigen auch mal direkt gleich ein was das eigentlich bedeutet was du für dich tun kannst auch wenn es vielleicht gerade mal stressig ist oder du noch so gar keine ahnung hast wie kann ich denn eigentlich überhaupt ja verschiedene art und weisen der pausen für mich nutzen generell erstmal so für dich zum einstieg um so ein bisschen die gedanken zu jonglieren du weißt ja ich mag das sehr gerne einfach erstmal so ein bisschen ins thema einzusteigen ein bisschen die eigene kreativität anzuteasern dein eigenes potenzial wieder ein bisschen herauszukitzeln und ja dich wieder ein bisschen neugierig zu machen für dich selbst und deswegen ist so die erste frage die ich jetzt so für dich und für dich selbst beantworten kann auch was ist denn eigentlich an was denkst du wenn du das wort pause hörst was kommt da automatisch ist das dieses habe ich nie keine pausen oder ach wäre das mal wieder schön ach ich würde ja so gerne ja oder ist das eher so naja alle anderen haben eine aber ich krieg die nie ja du merkst das kann in verschiedene richtungen gehen je nachdem wie du da auch geprägt bist was sich da gerade so vielleicht auch ein bisschen an dieser ein bisschen träger dich da ein bisschen mitnimmt nimmst aber dass er nichts verkehrt sondern es einfach nur mal spannend mal so zu bei sich selbst zu forschen was passiert denn eigentlich was kommt da erst mal so hoch was entsteht da an gedanken und ideen und vielleicht auch an emotionen die da so ein bisschen also rauskommen er so was auch toll entspannt gutes gefühl oder lass mich mal damit in ruhe und es soll ja hier auch in diesem podcast wirklich auch mit deiner zeit gehen um deine auszeiten und deswegen wollen natürlich etwas schönes nachher daraus kreieren deswegen bekommst du auf jeden fall auch nachher noch ein paar anregungen wie du das für dich umsetzen kannst du weißt ja alltag umsetzung das ist so das was mir ganz ganz wichtig und am herzen liegt und nicht nur die theorie meine zweite frage die jetzt an dich so stellen möchte ist zu welchem zweck nutzt du pausen wenn du sie denn nutzt also wenn du sie wirklich machst heißt das zeit für dich selbst haben wie wir es in der letzten episode schon hatten und wirklich auch mal ein bisschen in die selbstliebe zu gehen etwas gutes dir selber zu tun oder ist es eher wenn ich eine pause habe ich sag jetzt mal vielleicht von den kindern dann wurstelst du im haushalt rum weil du weißt das ist etwas was du machen musst und es vielleicht gar nicht um mich eine pause je nachdem wir hatten auch beim letzten mal schon gesprochen mal ein bisschen zu gucken welches bedürfnis steckt denn eigentlich so dahinter eine pause machen zu wollen was ist so genau das thema wenn es dir noch nicht angehört hast dann hören auf jeden fall in die erste folge noch mal rein da gehe ich ein bisschen tiefer darauf ein jetzt mag ich es nur noch mal so ein bisschen in deine gedanken reinbringen da noch mal zu forschen ja was ist denn eigentlich wenn ich sage ich brauche mal eine pause was ist da vielleicht ein bedürfnis was dahinter steckt was möchtest du gerne machen der zeit und welche gedanken kommen so in die auf das jetzt mal ein bisschen in die gedankensituation hinein zu stoßen und hier einfach für dich mal ein kleiner überblick gedanklich warum machst du eigentlich eine pause oder auch nicht pausen sind in meiner vorstellung eigentlich etwas zum energietanken ja um sich wieder zu aktivieren wenn man gerade in so einem tief hängt sich zu stärken den körper zu stärken den geist zu stärken je nachdem ja also du machst auch eine essenspause weil irgendwann einfach dein energiereservoir leer ist und deswegen wird dann vielleicht mal die eine oder andere schokolade gegessen oder aber das große mittagessen je nachdem du willst dich damit wieder aktivieren deine energieressourcen steigern und gleichzeitig sind pausen für dich auch da für mich natürlich auch um entspannt im alltag zu bleiben ja um den alltag zu gestalten um auch den alltag genießen zu können und nicht nur ich sag mal runterrasseln nicht nur zu funktionieren was ja leider ganz oft passiert sondern das ganze auch wirklich mit lebensfreude zu füllen ja unser leben zu genießen weil wir ja doch nur dieses eine haben und es mir ganz wichtig ist dass es auch mit freude geschieht es ist also auch um abzuschalten und vielleicht mal gedankenlos zu werden runter zu fahren um einfach mal ja dem körper eine pause zu geben hat dem wenn du vielleicht vorher ganz viel körperlich aktiv warst aber auch um die gedanken mal so ein bisschen pausieren zu lassen gerade wir können ja gerne in so gedanken strudel hinein rasseln ja und wenn wir dann mal eine pause oder mal sitzen dann kommen vielleicht da gar nicht um den groß raus das ganze ist natürlich auch dazu da eine pause um neue aufgaben kraftvoll gestalten zu können ja um das auch wieder mit elan zu machen also wenn du ein projekt hast was du gerne noch bearbeiten möchtest ob das jetzt beruflich oder privat ist ja völlig egal aber um das gestalten zu können auch um dafür die kraft und energie zu haben und und natürlich ganz besonders für uns mütter ist es damit wir gut das kind begleiten können oder die kinder wir haben ja den anspruch oder zumindest diejenigen die diesen podcast hören die mit mir so auf einer wellenlänge geschweben schon die intention dabei liebevoll mit unseren kindern umzugehen bindungsorientiert zu sein bedürfnis orientiert zu sein das heißt auch die kinder in ihren gefühlen zu sehen so wie sie sind sie zu begleiten dabei auf dieser gefühlsachter waren und ja ihnen auch ein gutes vorbild zu sein mit strategien voraus zu gehen von denen sie lernen können von denen sie selber sich etwas adaptieren können zu sagen hey so will ich es auch oder so will ich es nicht und dafür damit das wirklich auch gelingt brauchen wir energie und kraft kennst es selber wahrscheinlich auch wenn du einfach den tag schon sehr viel gemacht hast viel energie verloren gegangen ist oder auch vielleicht an menschen gegangen ist die du ja wo du die denkst mir das hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen dann fällt es auch umso schwerer entspannt und ruhig zu bleiben wenn das kind einen gut anfall hat ja oder wenn es die ganze zeit weint oder jammert weil irgendwas nicht passt dann ist das natürlich viel viel schwerer dabei zu bleiben und zu begleiten und ich sage jetzt mal nicht vorwurfsvoll zu sagen jetzt halt doch mal still oder halt den mund ja als wenn du natürlich entspannt bist ja also dann geht das viel viel einfacher dann kannst du viel viel besser einführen das heißt gerade liebevolle bindungsorientierte begleitung von kindern steht und fällt mit dir selber und mit deiner energie und mit deiner kraft und deswegen sind pausen so wichtig was mir aber trotzdem auch ganz wichtig ist und deswegen muss das unbedingt hierbei ist es dass du dir selber auch eine eigene wertschätzung damit gibt wenn du sagst es ist mir wichtig und ich bin mir persönlich wichtig dass ich mir die pause jetzt nehmen und nicht weitermache sondern ich stehe an allererster stelle und ich bin es wert eine pause zu machen und so eine pause habe ich verdient für mich selber und das ist ja etwas ein glück glaube ich ein ganz ganz großer knackpunkt den wir frauen mütter wenig sehen ja also wir rackern an leber ein bisschen weiter sagen naja für die anderen die können sich mal ausruhen ich mache das mal eben fertig aber wo bleiben wir wo ist die eigene wertschätzung fuß die verbindung der kontakt zu dir selber oder mir selber wenn ich mir das nicht gebe ja es funktioniert nicht und natürlich machen pausen auch spaß je nachdem was man so gestaltet wie man pausen für sich selber definiert also was bei dir in gedanken hochkommt ist es natürlich auch mal schöne pause zu machen ja einfach mal rumzuliegen oder einfach mal sich berieseln zu lassen oder sonst irgendwelche gleich sachen das ist auch was schönes und das dürfen wir auch zelebrieren und wir müssen nicht diesen typischen satz erst die arbeit dann das vergnügen nee wir dürfen es auch gerne anders drum sagen erst das vergnügen dann die arbeit okay also wir selber dürfen in den vordergrund die mütter dieser welt dürfen wieder in die mitte des familienlebens stehen und nicht an allerletzter stelle sondern wir sind der dreh- und angelpunkt und es hat was mit wertschätzung zu tun die wir uns selber geben können und sind wir mal ganz ehrlich was sind wir für ein vorbild für die kinder wenn wir uns selber nicht wichtig nehmen wenn wir nicht auch sagen nee ich brauche jetzt mal diese pause und ich muss hier mal kurz ja mich regenerieren ja wenn wir das nicht machen lernen unsere kinder dass sich das nicht gehört dass man das nicht so macht und dann haben wir alle nichts davon jetzt gucken wir doch mal einfach gemeinsam in unseren gedanken mal so ein bisschen rum was heißt das denn eigentlich oder was sind denn große und kleine pausen sein große pausen jetzt mal so ganz einfach gesagt die etwas intensiver und länger dauern sind oftmals eher ohne kind also ich sage jetzt mal sowas wie eine massage oder kosmetik behandlung die du dir gönnst vielleicht auch einen ausflug in den wellnessbereich gut jetzt mal coronabedingt abgesehen ja aber auch da vielleicht mal eine auszeit im schwimmbad oder ausgehen mit partnern oder freunden vielleicht wenn deine kinder schon ein bisschen größer sind auch mal ein wellness wochenende ja oder mit dem partner alleine sind also es ist schon eher etwas worauf du dich schon hinarbeitest was du nicht mal ebenso spontan machst sondern wo du einen termin für brauchst wo du vielleicht eine betreuung brauchst für deine kinder und genau diese sind uns tatsächlich oftmals so ganz klar und diese haben wir bewusst im kopf und ja hat die brauche ich und das will ich unbedingt und so eine tolle pause ja das ist wie so ein ideal was so vor uns schwebt das heißt sie sind uns bewusst im alltag dass wir die brauchen aber das ist auch schwerer umsetzbar ist das heißt da ist schon viel mehr arbeit in anführungszeichen mit verbunden wie ihn zu integrieren oder die auch wirklich umzusetzen als kleine pause mehr weil einfach der der prozess der dahinter steckt was will ich denn will ich wirklich ausgehen oder will ich die massage oder wo ich mal diese ein zwei drei stunden brauche und wer ist da für die kinder wie kann ich das machen neben vielleicht auch arbeit und partner und haushalt wie kann ich das machen also da brauche ich schon eher termine trotzdem sind die auch ganz ganz wichtig ja die sind ganz ganz essentiell auch um da wirklich mal auch länger raus zu sein und nicht nur kurzfristig kleine pausen hingegen können wir ganz gut auch mit kind umsetzen wir sind uns dessen nur meistens nicht so bewusst ja die sind eher so dass wir die in den hintergrund stecken dass wir die nicht bewusst wahrnehmen nicht so wirklich zelebrieren und dementsprechend auch nicht als eine pause wahrnehmen dabei sind die eigentlich total easy integrierbar in den alltag ja wir brauchen dann nicht wirklich groß termin absprachen wir brauchen keine große betreuung sondern wir können das mit kind machen das so für mich so eher der ganz essenzielle unterschied dass großen pausen da brauche ich meistens eine betreuung oder jemand der mit dem kind spielt oder wie auch immer bei den kleinen pausen das kann ich auch gut integrieren und das ist egal ob das kind dabei ist oder nicht ja sondern das kann ich gut gemeinsam auch machen und das ist ganz ganz wichtig und deswegen sind mir gerade so diese mini pausen auch so wichtig denn da können wir schon ganz 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 viel kraft ausziehen was könnte das sein das könnte einfach mal blick aus dem fenster sein ja wenn du zum beispiel gerne wie ich in den himmel schaust und guckst was ist da das tolle blau jetzt gerade im sommer oder auch wolken spiele ja was könnten da an tollen wolken konstrukten sein das vielleicht auch mit kind gemeinsam mal fantasieren je nach alter natürlich was ist da so möglich was ist da was könnte entdecken ja ein kaffee oder tee mal trinken das bewusst spüren und genießen wir schlingen ja oft als mütter eher das alles nur runter und ja das auch wirklich mal den geschmack wieder im mund wahrnehmen die wärme vielleicht auch spüren das macht schon einen riesen unterschied und es ist easy umsetzbar und manchmal ist es auch einfach mal nur zu spüren was fühle ich denn gerade so in meinem körper über die atmung zum beispiel aber auch über den bodenkontakt einfach mal sitzen und das kind beobachten während es was tut und nicht immer nur in der aktion sein und das geht auch gut mal eine minute oder zwei ja und das sind ganz ganz kleine pausen die wir oft nicht bewusst wahrnehmen ja wir machen einfach so drüber hinaus und wenn wir das aber mal summieren und zusammenzählen würden was so am tag an möglichkeiten dasteht und nur an möglichkeiten ist ja die frage wir es nutzen aber was nur an möglichkeiten da ist von so kleinen pausen dann würden wir zusammengerechnet auch schon ganz schön große zeit kommen und merken ich habe ja doch mehr möglichkeiten pausen zu machen als ich eigentlich dachte und für mich ist es so ein wichtiges ausgeglichen sein zwischen großen und kleinen pausen ja also auch wirklich mal dieses ich komme raus aus meinem alltäglichen wust also pausen meine ich in dem großen sinn hausen auch natürlich nicht die arbeit auch wenn das mal pausen sein können weil man nicht nur in diesem kinderalltag hängt je nachdem wie man so gestaltet ist aber wirklich mal etwas ohne dieses diesen zwang von außen sondern etwas was du von innen möchtest ja das ist mir noch mal wichtig gerade jetzt zu sagen aber es ist ein guter ausgleich zwischen großen und kleinen pausen zu haben und für dich kannst du jetzt einfach mal überlegen wie kannst du große und kleine pausen in deinen alltag integrieren also von beiden varianten etwas für dich nutzen und dann hilfreich ist es dabei einfach mal eine kleine liste zu machen ja wirklich meine liste das sind meine großen pausen das sind kleine pausen und wie und wann kannst du sie umsetzen und mit wem vielleicht auch was brauchst du dafür dass es auch möglich bleibt ja also dass du auch große pausen umsetzen kannst wie ist das möglich dass du vielleicht trotzdem du stillst je nachdem wie klein dein baby ist oder trotz mehreren kindern dass du auch mal sagen kannst ich bin jetzt mal drei stunden raus und ich weiß aber und ich kann darauf vertrauen dass meine kinder gut betreut sind ja und genauso das andere auch wie kannst du was könnten kleine pausen für dich sein und wie kannst du sie umsetzen auch wenn dann vielleicht der ganze tag voller kinderleben ist und familien alltag und haushalt und so weiter und erst wenn wir uns dessen bewusst wären ist es doch einfacher und wie gesagt wenn du da eine anregung auch möchtest noch viel mehr kleine pausen auch um das noch mal bewusster in deinen alltag zu holen dann schau gerne in meiner facebook gruppe inselreif da vorbei da gibt es regelmäßig impulse oder auch bei instagram findest du auch da die anregungen unter glücksklau die findest du mich da falls du noch anregungen möchtest kannst du dadurch inspirieren lassen ja ich möchte dir jetzt noch weil es mir so wichtig ist der alltag ja als ergotherapeutin ist mir der alltag unheimlich wichtig wie kannst du ihn gut für dich strukturieren habe ich dir natürlich schon ein paar inputs gegeben mag ich dir jetzt noch zwei übungen mit an die hand geben was könnte das sein was du jetzt als mini pause noch machen möchtest mag ich dir jetzt gerne noch was mit an die hand geben und zwar wenn du dich aktivieren möchtest ja wenn du sagst ach ich muss wieder in schwung kommen weil ich hänge gerade total durch ich habe mein energietief gerade aber ich will mein kind vom kindergarten abholen oder wir wollen noch irgendwo hin was auch immer dann ist es total hilfreich dich zu schütteln ja also einfach wirklich arme beine alles was so da ist auch wenn es sich erstmal komisch anfühlt schüttel dich fang mit den händen an schüttel die aus schüttel deinen körper hilfreich ist es auch den mund dabei zu öffnen du kannst natürlich tönen wenn du das willst musst aber nicht aber dann kommt einfach diese schwingung auch nochmal aus dem körper heraus und wenn du dich so richtig schüttelst ja hände füße kopf alles was so zum schütteln ist kommst du einfach eine aktivierung rein der körper wird nochmal so richtig frisch durchwirbelt die ganzen energien kommen in schwung und wenn es dir natürlich helfen kann dann nimm dir eine tolle musik dazu ja schüttel deinen speck von peter fox zum beispiel ja passt einfach vom thema jetzt ja gerade aber du kannst natürlich jedes lied nehmen das geht aber auch ohne schüttel dich zwei bis drei minuten lass dich mal drauf ein und du bist echt wieder frisch und wach wenn du dich entspannen möchtest wenn du sagst es ist mir gerade alles zu viel ist mir irgendwie zu stressig ich möchte irgendwie gerade mal runter kommen und die pause dafür nutzen dann schließ einfach mal deine augen und spür mal bewusst deinem atem hinterher du brauchst du brauchst noch nicht mal eine bestimmte atemtechnik durchführen du kennst da mit sicherheit es gibt viele 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 atemtechniken auch die kannst du natürlich selbstverständlich alle gerne lernen und wir können auch in den nächsten folgen auch mal ein bisschen einsteigen darauf aber darauf kommt es jetzt nicht an sondern es geht einfach nur darum spür mal wie ist deine atmung konzentriere dich aufs ein und ausatmen nur wahrnehmen nicht verändern und es wird automatisch eine veränderung passieren einfach dadurch dass du es bewusst wahrnimmst dass du den fokus darauf lenkst und deine aufmerksamkeit auf etwas anderes richtest und es wird dich runter bringen und das hast du ja immer dabei das ist ja der vorteil der atem und dein körper ist immer da und du brauchst nichts besonderes und damit kannst du schon ganz ganz viel erreichen ja das war es heute zu dem thema große kleine pausen ich hoffe es konnte dich inspirieren test es aus mach dir eine liste für beide möglichkeiten wie und wo du sie umsetzen kannst und wenn du noch ein paar mehr inspirationen möchtest dann kannst du dir natürlich jetzt auch noch die energieraketen von mir holen wo du noch mal ein paar energieschüben und auszeiten für dich bekommst stehe links stell dich in die show notes rein also kannst du dir dann auf jeden fall holen sind auch kostenfrei und ich freue mich natürlich wenn du auch das ganze mit deinen befreundeten müttern teilst an weitere mamas wir können das alle gebrauchen jede mama kann mal eine auszeit eine kleine große pause gebrauchen und in der nächsten folge schau mal ein bisschen weiter auf unsere entdeckungsreise und wir gucken mal auf deine persönliche insel was das sein könnte denn hier geht es ja um den inselreif podcast das heißt wie kannst du dir deine eigene persönliche insel schaffen und ich freue mich wenn du wieder mit dabei bist alles liebe deine glücks claudi ich �ante dich